Mädels, ihr seid in einer Challenge gelandet. Okay, ich will als Erste meinen Safe öffnen. Boah, das ist ja cool. Ein Snickers-Milkshake. Aber wie soll ich den trinken? Willst du mich auf den Arm nehmen? Du musst einfach nur den Deckel öffnen. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Darf ich mal probieren? Sicherlich nicht. Das ist mein Cocktail, also werde ich ihn trinken. Außerdem schmeckt er so gut. Oh ja. Ich werde es ja nicht teilen. Okay, dann kriegst du das, was du verdienst. Schmeckt dir doch, oder? Was hast du angerichtet? Jetzt bin ich voller Schokolade. Ich habe nichts mehr übrig. Jetzt bin ich dran. Was, Fisch? Wieso kriege ich so einen Schokoktail und ich kriege einen Stinkefisch? Ichi. Halte dich von uns fern und beeil dich. Iss ihn. Oh Mann. Wenn ich kotzen muss, seid ihr dran schuld. Wie ekelhaft. Nein, so einen ganzen Fisch schaffe ich eh nicht. Du musst aber. Ich glaube, mir wird schlecht. Wie ekelig. Wieso habt ihr mich dazu gebracht, das zu essen? Wie geht's? Hey, was machst du? Dein Safe musst du auch noch öffnen. Okay. Und das ist alles? Nur ein Skittlesbonbon? Muss ich ja lecker sein, oder? Ein ganz normales Skittlesbonbon. Seltsam. Was ist denn mit dir los? Mädels, ich glaube, ich habe einen Ausschlag. Oh Mann, davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Yeah, jetzt werde ich mein Leben lang Süßigkeiten haben. Kann ich auch mal probieren? Natürlich. Lecker. Willst du auch was? Nein, das ist voll ekelhaft. Unglaublich. Das ist die coolste Krankheit, die ich je hatte. Come on. Nein, ich will sicher nicht. Wie geht's? In dieser Runde möchte ich zuerst mein Safe öffnen. Wow, was für eine Überraschung. Ich habe noch nie so viele Poppets gesehen. Hm, die sind ja voll ungewöhnlich. Ah, die sind aus Fruchtgummi. Mädels, habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein. Schmeckt das auch gut? Natürlich doch. Unglaublich lecker. Ich will so schnell wie möglich alles aufessen. Ja, das ist mega lecker. Oh, wir wollen auch was davon. Ich glaube, Kate wird nichts dagegen haben, wenn wir auch ein bisschen was probieren. Die wird sicher nichts dagegen haben. Natürlich habe ich was dagegen. Weg von meinem Safe. Das gehört nur mir. Oh Mann, ich wünsche mir, ich habe auch was Gutes. Bloß nicht das. Ich habe Angst vor Würmern. Bloß keine Regenwürmer. Die machen mir so viel Angst. Was? Wieso werde ich auf diese Weise bestraft? Nimm das sofort ab. Ah ja, genau. Ich habe eine tolle Idee. Ich brauche bloß einen kleinen Staubsauger. Der wird dich retten. Okay. Oh nein, ein Wurm ist noch übrig geblieben. Was? Wo denn? Genau, über der Lippe. Ah, den habe ich wirklich verpasst. Jetzt lass doch los. Wunderbar, ich habe es geschafft. Oh Mann. Was für Lippen. Oh la la. Ach, du lachst sie auch noch aus. Dafür kannst du die Würmer hier probieren. Hey, was habt ihr angerichtet? Die sind ja mega eklig. Wie geht? Jetzt muss ich mir den Mund spülen. Komm schon, schau dir deinen Safe an. Mach ich auch. Oh wow, da ist ja so eine Art Zaubertrank drin. Ich hoffe, der macht mich zur hübschsten auf der Welt. Was für ein komisches Gefühl. Was passiert mit mir? Ich werde kleiner. Oh, ich bin geschrumpft. Holt mich hoch. Oh, du bist so süß. Ich will dich mal anfassen. Oh yeah. Ein Puppet. Ich bin das kleinste Mädchen auf der Welt. Ich kann auf dem Puppet rumhüpfen. Oh, die ist so süß. Oh, das hat wehgetan. Schau mal, was du mit meinem Finger getan hast. Na warte. Dafür musst du gegen diesen Regenwurm hier antreten. Oh ja. Das wird sicher spannend. Julie, wir glauben an dich. Ob wir es schafft? Nimm das. Und das auch noch. Und das hier. Yeah. Julie, das hast du wunderbar gemacht. Das war so cool. Ja Mädels, danke für eure Unterstützung. Was erwartet uns dieses Mal? Oh nein, ich esse definitiv kein rohes Fleisch. Mädels, tut mir leid, aber das geht mir zu weit. Hier hast du einen Teller. Und guten Appetit. Ihr seid so hart. Das ist ja kein Fleisch. Das ist ja echtes Gummi. Ich kann nicht mal was abbeißen. Ich hab genug davon. Ich glaube, Messer und Gabel werden dir helfen. Also los. Ups, ich glaube, ich hab's ein bisschen übertrieben. Ups, jetzt kann ich sogar den Teller essen. Okay, Menschen haben schließlich Fleischbraten erfunden. Denn roh kann man das hier gar nicht essen. Mir wird ganz schlecht davon. Komm an. Julie, mach du dein Safe auf. Mal sehen. Oh, was für ein geheimnisvoller Zauberstab. Wunderbar. Ich frag mich, was ich damit zaubern kann. Hier ist einfach. Ah. Ich glaube, ich hab was gelernt. Du hast mich fast verbrannt. Schau mal, was du getan hast. Du solltest dich schämen. Alles nur wegen diesem Zauberstab. Oh, die hat ja mich fast verstümmelt. Komm, den legen wir einfach auf den Tisch, okay? Kate, es wird Zeit, dass du deinen Safe öffnest. Oh, ja. Mal sehen, was da drin ist. Unglaublich. Das ist ja ein Eiscreme. Eiscreme. Finger weg. Das gehört mir alleine. Hier ist schließlich nicht genug für uns alle drin. Oh Mann. Dieser Löffel ist einfach zu klein. Ich brauch einen größeren Löffel. Jetzt kann's losgehen. Oh, nichts geht über ein Eis an einem heißen Sommertag. Können wir auch was haben? Nein, sicher nicht. Oh, die ist voll gierig. Kate, was ist mit dir passiert? Die ist ja voll steif. Ich weiß, wie ich sie davon retten kann. Der Zauberstab wird mir helfen. Mädels, vielen Dank. Sonst wäre ich für immer erfroren geblieben. Oh nein, jetzt brenne ich. Was für eine gute Gelegenheit, mein Fleisch anzubraten. Das kommt rechtzeitig. Ich bin nämlich ganz schön hungrig geworden. Kate, dein brennender Kopf war super. Lecker. Ich liebe es. Dankeschön, Kate. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Oh ja, jeder liebt Nutella. Und ich bin keine Ausnahme. Hey, schau, was du gemacht hast. Kein Problem, das macht wieder in Ordnung. Ah, das hat weggetan. Hör auf, mit dem Deckel hier herumzuwerfen. Jetzt kann ich meine Nutella probieren. Juni, du kriegst nichts davon. Ich hab was probiert. Das ist alles so gierig. Aber ich hab auch einen Tropfen bekommen. Wie lecker. Oh nein, Mädels, ich hab ein Problem. Meine Hand steckt im Glas fest. Hilf mir, sie rauszuholen. Okay. Was tut man nicht alles für eine Freundin? Auch wenn sie gierig ist. Na los. Nimm das Glas ab. Noch ein bisschen. Na endlich. Da ist ja noch was übrig. Extra für uns. Dankeschön, Mädels. Ohne euch hätte ich das sicher nicht geschafft. Oh, an meiner Hand ist immer noch was übrig. Kate, jetzt bist du dran. Das stinkt ja. Bloß nicht das. Das ist ja Schimmelkäse oder so. Mädels, das schaffe ich sicher nicht. Ich glaube, Julie und ich werden dir helfen müssen. Dann mach den Mund auf. Oh nein, was ist das denn? Ich fühle mich nicht gut. Ich musste fast kotzen. Julie, und was hast du? Ich kann sehen. Oh Mann, das ist ein Portal. Wir fliegen nach Hause. Wow, Nancy. Hier gibt es so viele interessante Sachen. Hallo, Mädels. Habt ihr Lust auf ein Zauberspiel? Ihr bekommt den besten Preis. Wow, lass es uns versuchen. Ich bin sicher, wir werden gewinnen. Wir müssen nur richtig zielen. Gewonnen. Nancy, du bist ein guter Schütze. Oh, was ist nun mit uns los? Wir sind so klein geworden. Ja, ich hab euch. Ich habe euch einen Preis versprochen, den bekommt ihr gleich. Gute Reise, Mädels. Was ist los? Wo sind wir? Willkommen bei der Mystery Button Challenge. Was für eine Challenge. Warum sind wir in Käfigen? Und warum sind da Kameras? Bewachtet uns jemand? Hey, Leute, holt uns hier raus. Warum schreit ihr so? Der ganze Spaß liegt doch nur vor uns. Jillian, drück den Knopf. Hab keine Angst. Es ist wahr, der Knopf ist überhaupt nicht für den Regen. Vor allem, weil du ein leckeres Getränk von Starbucks bekommst. Schau mal, wie lecker das ist. Noch mit Schlagsahne. Jillian, alles ist für dich. Genieße es. Vergiss nun nicht zu atmen und kümmere dich um dein schönes Haar. Und zur Dekoration eine Haube als Salta-Schlagsahne. Sie steht dir sehr gut und schmeckt auch gut. Probier mal. Hey, das ist meins. Wow. Sehr lecker. So zart. Interessant. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Was haben wir denn hier? Aha, Katzenfutter. Wir alle mögen Katzen. Wirklich. Dieses Fäckchen ist nur für dich, Nancy. Ja, es stinkt ein bisschen. Aber vielleicht schmeckt es noch besser. Lass es Dunkelschregen geben. Oh, ich glaube, Nancy hat das nicht gefallen. Vielleicht wird sie beim nächsten Mal mehr Glück haben. So, jetzt Jillian wieder dran. Interessant. Was bekommen sie diesmal? Okay. Hm. Ich drücke diesen Knopf. Mal sehen. Oh ja. Es ist Coca-Cola. Alle mögen sie. Und es gibt eine Menge davon. Eine ganze Pyramide. Oh, Jillian. Pass auf. Die Cola kommt auf dich zu wie ein Eishagel. Ich hoffe, du bekommst keine Beule. Nein. Du kannst aber kühle Cola genießen. Ich habe Katzenfutter und sie kochen. Das ist unfair. Okay, Nancy. Was hast du diesmal? Wow. Das ist ein Eisflaster. Damit kann man Sachen einfrieren. Probieren aus. Er ist geladen und bereit für einen Eisangriff. Aber sei vorsichtig. Was? Oh. Oh. Wow. Gefrorene Cola schmeckt noch besser. Echte Eiscreme. Jillian, lass mich probieren. Ich habe die Cola eingefroren. Nein? Dann kriegst du eine. Mein Superstrahl wird sich in eine Eisstapel verwandeln. Ja. Jetzt kann man die Winterparks mit dir dekorieren. Und während Jillian eine Eisstapel bleibt, schauen wir mal, was sie als nächstes erwartet. Mh. Nesquikakao. Es riecht so gut. Und ist heiß. Genau richtig, um unsere Schneekönigin Jillian zu schmelzen. Schaut mal, es hat geklappt. Eine schöne Schokoladendusche. Was könnte besser sein? Oh, ich fühle mich besser. Danke. Gern geschehen. Manu. Nancy, dein Blaster ist bereits entladen. Du kannst niemanden mehr entdecken. Jillian, drück den Knopf. Es ist so interessant hier. Jedes Mal gibt es eine neue Überraschung. Was kommt denn jetzt? Wow, das ist eine Hightech-Brille. Die ist eine geheime Entwicklung von Spezialdiensten. Nur echte Spione haben solche. Lernen wir sie uns für eine Weile aus. Alles für unsere Challenge. Jillian, fang sie. Aber sei vorsichtig. Es ist eine wertvolle Sache. Wow, es ist, als wäre ich in einem Computer spiel. Wow, was ist das? Hinweise? Ich werde den Smile-Button drücken. Ich glaube, so komme ich an die Goodies, die längst überfällig sind. Nun, du hast recht, Jillian. Der riesige Eimer mit süßem Karamell-Popcorn gehört dir. Das ist noch lustig. Ich wünschte, ich könnte es jetzt mit ins Kino nehmen, um einen neuen Action-Film zu sehen. Aber auch ohne Film hat man was zu tun. Mit einer ganzen Menge Popcorn. Es ist keine leichte Aufgabe, aber du schaffst es. Wow. Das schmeckt aber so gut. Ich will noch einen Knopf drücken. Und diesen. Mal sehen, was du bekommst. Wow, eine große Tüte mit bunten Skittles. Ich weiß, dass du sie sehr magst. Warum bekommen wir immer den üblichen Wasserregen statt leckeren Süßigkeitenregen? Das ist so cool. Ich stimme zu. So. Und was für ein Knopf ist das? Wir warten schon. Wow, es ist ein riesiges Päckchen mit zarten Marshmallows. Die schmecken so gut. Jillian, du hast so viel Glück. Du schwingst gerade zu Süßigkeiten. Wir alle würden jetzt gerne an deiner Stelle sein. Viel Spaß. Oh ja. Sie sind so zart und lecker. Ich kann sie ewig essen. Entschuldigung, könntest du mir bitte sagen, welchen Knopf soll ich drücken, um Leckerei zu bekommen? Ja. Den grünen. Danke schön. Interessant, was ich bekomme. Ich sag dir Nuss und gern nennen sie aber durchaus einen schlechten gesalzenen Fisch. Hier geht's. Was für ein Geruch. Nun, vielleicht magst du ihn, ja. Ich meine, so viele Leute, so viele Geschmäcker. Einige von uns mögen etwas Salziges. Ja, du scheinst es nicht zu mögen, oder? Aber was soll man machen? Das sind die Regeln unserer Challenge. Man kann alles bekommen. Jillian! Das war unfair. Gib mir deine Brille. Interessant, was ich damit sehen kann. Wow, hier gibt es überall Hinweise. Ich werde den Exit-Knopf drücken. Und ich werde frei sein. Was ist los? Hilfe! Mein Käfig wird mich auffressen. No, 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 please. Alles ist schon in Ordnung. Du bist so lustig. Jillian, jetzt bist du dran. Soh dir einen Knopf aus. Aber keine Hinweise mehr. Hm, interessant. Was haben wir denn? Unser Lieblings-Nutella. So süß und lecker. Was könnte besser sein, als ein Wasserfall aus Schokolade und Haselnüssen? Die dicke, zarte Pasta harmoniert perfekt mit zarten Marshmallows. Oh mein Gott. Jillian, du hast alle beste Süßigkeiten. Nancy hatte wieder Glück. Nancy, was bekommst du denn? Oh, Jelly Belly süße Bohnen. Wie aufregend. Aber die Sache hat einen Hacken. Diese Bonbons gibt es in allen möglichen Geschmacksrechnungen. Man weiß es nicht, bis man sie probiert hat. Also, Nancy, was hast du diesmal? Sie sind so interessant. Ich probiere mal diesen. Nancy, wie schmeckt das? Wow. Es ist ein unsichtbares Zauberbonbon. Nancy, wo bist du? Hey, ist sie weggelaufen und hat mir nichts gesagt? Echte Freunde machen sowas nicht. Nancy, wo hast du dich versteckt? Niemand sieht mich. Das kann ich benutzen. Meine Nase. Nancy, warte mal. Ich fange dich gleich. Ich fange dich. Wo bist du? Hey, komm schon raus. Oh, was ist das? Das ist der Schlüssel vom Käfig. Hurra, ich bin frei. Und jetzt, Jillian. What? Okay. Komm raus, komm schon. Lass uns weglaufen. Tschüss, Böse-Klauen.